Herzlich willkommen zur Sonntagsandacht in der Scientology-Kirche. Die Scientology ist eine moderne Religion und eine richtig coole Religion. Sie hat eine ganz ausführliche Lehre, weil der Stifter Aaron Hubbard alles aufgezeichnet hat, was er jemals über den Menschen rausgefunden hat. Und er hat sich ganz intensiv mit dem Menschen befasst, um zu gucken, wo er herkommt, wo er hingeht, wer er eigentlich ist, warum er da ist und lauter solche Dinge. Und diese Aufzeichnungen kann man studieren, man kann sie im Ganzen studieren, man kann sie als Teil studieren und das stellt die Lehre der Scientology dar. Die Scientology selbst ist ein spiritueller Weg, den man Schritt für Schritt nach oben gehen kann, in Richtung mehr persönliche Freiheit, in Richtung mehr Spaß, mehr Durchdringen, mehr Wissen, mehr Verstehen und überhaupt. Es macht das Leben einfach grundsätzlich besser und spirituell kriegt man viel mehr Bewusstsein. Das Wort Scientology kommt von Skire und Ologie. Zusammengesetzt wäre es die Lehre vom Wissen oder ganz einfach Wissen, wie man weiß. Und zunächst lese ich das Glaubensbekenntnis der Scientology-Kirche. Wir von der Kirche glauben, dass alle Menschen, welcher Rasse, Hautfarbe oder welchen Bekenntnisses sie auch sein mögen, mit gleichen Rechten geschaffen wurden. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigenen religiösen Praktiken und deren Ausübung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihr eigenes Leben haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre geistige Gesundheit haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte auf ihre eigene Verteidigung haben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigenen Organisationen, Kirchen und Regierungen zu ersinnen, zu wählen, zu fördern und zu unterstützen. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, frei zu denken, frei zu sprechen, ihre eigenen Meinungen frei zu schreiben und den Meinungen anderer zu entgegnen oder sich darüber zu äußern oder darüber zu schreiben. Dass alle Menschen unveräußerliche Rechte haben, ihre eigene Art zu schaffen. Dass die Seelen der Menschen die Rechte der Menschen haben. Dass das Studium der Seele und ihre Befreiung von den geistig verursachten Übeln von Religion weder entfremdet noch in nichtreligiösen Gebieten geduldet werden sollten. Und dass keine Instanz außer Gott die Macht hat, diese Rechte vorübergehend außer Kraft zu setzen oder aufzuheben, sei es öffentlich oder verborgen. Und wir von der Kirche glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist. Dass er danach strebt zu überleben. Und dass sein Überleben von ihm selbst und von seinen Mitmenschen abhängt und davon, dass er ein brüderliches Verhältnis mit dem Universum erreicht. Und wir von der Kirche glauben, dass die Gesetze Gottes dem Menschen verbieten, seine eigene Art zu zerstören, die Vernunft eines anderen zu zerstören, die Seele eines anderen zu zerstören oder zu versklaven, das Überleben seiner Kameraden oder seiner Gruppe zu zerstören oder zu mindern. Und wir von der Kirche glauben, dass die Seele gerettet werden kann und dass allein die Seele den Körper retten oder gesund erhalten kann. Für diesen Sonntag habe ich mir ein richtig schönes Thema ausgesucht, das Thema Streiten. Ich kenne eine ganze Menge Leute, die streiten so richtig gerne, so mit Lust und Liebe und Hingabe und die streiten, dass die Fenster fliegen. Ich muss allerdings sagen, dass es mir persönlich zumindest im Streit noch nie gelungen ist, den anderen von meiner Meinung völlig zu überzeugen. Noch weniger habe ich ihn bis jetzt dazu bringen können, seine Meinung zu ändern. Ich weiß jetzt nicht, wie es euch geht, aber wenn jemand mit mir streitet, wenn der so loslegt mit Argumenten und allem Möglichen, da gehe ich gleich mal innerlich auf Abstand und dann lasse ich das alles an mir runterlaufen und dann sage ich hinterher, ja, ist gut, ist fein, passt schon. Aber die Meinung ändere ich bei sowas nicht. Wie kommt das? Und die nächste Frage, die noch viel wichtiger wäre, wie ist das, wenn ich jetzt wirklich eine andere Meinung habe zu etwas, was muss ich denn tun, um den anderen diese Meinung zumindest mal sehen zu lassen oder zumindest mal diese Option hinzustellen, dass er sich diese andere Meinung krallen könnte oder angucken könnte oder was mit der machen könnte. entscheiden, ob er sie dann haben will, muss er wahrscheinlich eh selber. Da müssen wir etwas ganz grundlegend auseinander pflücken, nämlich es gibt geistige Energie und es gibt physikalische Energie. Geistige Energie oder das, was ich jetzt als spirituell bezeichne, die hat was mit einer Person zu tun, mit einem lebendigen Wesen. Das ist das, was euer Körper nicht ist und was euer Verstand auch nicht ist. Das seid ihr selbst und ihr selbst könnt jede Menge Energie erschaffen. Ihr könnt lustige, hässliche, schwere, leichte, schöne, was weiß ich für Energie erschaffen. Ihr könnt unaufhörlich neue Energie schaffen und ihr kennt es auch, wenn man mal so richtig ausgepowert ist vom Laufen meinetwegen oder vom großen Spaziergang und dann entscheidet man, dass man jetzt noch ein Stück weiter läuft und macht man wieder so wie neu. Das ist, weil ihr ein geistiges Wesen seid und weil ihr den Körper mit Energie mitversorgen könnt. Wie so eine, eben keine Batterie, sondern die Energie, die wird einfach frisch hergestellt. Das ist geistige Energie. Die Energie, die so im Universum normalerweise rumfliegt, die kommt aus der Steckdose. Da gibt es jetzt hier welche, die mich beleuchtet. Da gibt es welche, die den Ton aufnimmt, während ich spreche. Und das ist eine Energie, die kann man mit den Messgeräten ein bisschen besser messen. Die kann man aufzeichnen und die ist ein bisschen schwerer. Und es gibt aber eine Verbindung zwischen den beiden, nämlich das hat was mit Emotionen zu tun. Emotionen gibt es auf verschiedenen Punkten von einer Skala. Es gibt eine hohe, leichte, fluffige Emotion, wo es lustig ist und schön ist und schnell geht und irgendwie Ideen sich leicht vorstellen lassen. Und es gibt eine Emotion, die ist fest und schwer und wütend oder sauer oder ganz traurig oder ganz heftig. Und diese Emotion, die ist der Energie aus der Steckdose wesentlich ähnlicher. Das ist eine Frage vom Gewicht sozusagen, seine Frage von der Wellenlänge. Es ist eine Frage von dem, was da so rüber fließt. Wenn ich euch jetzt so in richtig sauer sage, Mensch, jetzt studiert doch mal endlich, dann kommt bei euch, nee, mache ich nicht. Wenn ich meine eigene, persönliche, geistige Energie benutze, die ein Stück hoch auf der Skala ziehe, schwupp, kann ich jederzeit, könnt ihr auch jederzeit, kann jeder. Und es ganz fluffig mache. Hey, ich habe neulich studiert und es war super schön. Hast du nicht Bock, sowas vielleicht auch mal zu machen? Dann kommt es schon ganz anders. Und da ist dieser Punkt, warum Streiten nicht funktioniert, Streiten, das ist, da sind die Ideen, die ihr rüberbringt beim Streiten, diese Argumente, diese Erklärung, diese Logik, dieses feste Zeug, was da rüberkommt, das kann man fast schon anfassen. Noch nicht ganz, aber man kann es fast schon anfassen. Es ist fast so gut wie, wenn einer mit der Faust auf den Tisch haut und man das richtig laut hören kann und wenn diese Ideen so in Brettstärke, in Zentimeterstärke daherkommen, dann wollt ihr mit diesen Ideen einfach nichts zu tun haben. Studieren habe ich gerade vorgeschlagen. Ich weiß nicht, wer an mich schon alles hingeredet hat, durch die ganze Kindheit durch, zieh dich wärmer an, zieh dich wärmer an, zieh dich wärmer an. Ich glaube nicht, dass auch nur ein einziger dieser Vorschläge irgendwie es bis zu mir geschafft hat. Das war immer so, zieh doch du dich wärmer an, als Antwort, weil das ist zu fest, das ist zu schwer. Wenn das so ganz fluffig rüberkommt, so eigentlich kurz bevor die Person das ausspricht, wo das noch wirklich im geistigen Stadium ist, einfach die Idee, wollen wir jetzt Eis essen gehen? Die kommt an. Wetten? So, die Schwierigkeit ist natürlich, dass man bei den schwierigen Themen es schafft, trotzdem aus diesem Anstrengungsbereich rauszubleiben, dass man die Emotion weit oben lässt und recht fluffig lässt. Und dann muss man die andere Person auch nicht ändern, sondern da kann man sie in Ruhe lassen und kann ja einfach einen Vorschlag machen. Und in diesem Fall kann die andere Person, wenn der Vorschlag gut ist, ja auch einfach Ja dazu sagen. Eine Sache, die es dann nicht gibt, ist Streit und die andere Sache, die es dann auch nicht gibt, ist, die andere Person muss jetzt nicht darauf bestehen, dass sie im Recht ist oder dass sie richtig liegt oder dass sie alles richtig gedacht hat oder dass ihre Meinung sowieso schon stimmt. Denn das Einzige, was ihr bewirken könnt, wenn ihr mit Kraft daherkommt, wenn ihr in der Aussage so richtig, so schweres Zeug, wie ich gesagt habe, so schwere Energie in die Aussage reinpackt, dann ist wirklich das Einzige passiert, was passiert, der Gegenüber wird noch fester in seiner Meinung als vorher. Probiert es mal aus. Ich finde es ganz spannend und vor allen Dingen weiß ich, dass man daran durchaus arbeiten kann, dass man anderen Leuten die Ideen vielleicht einfach so sagt, dass sie sie nehmen können. Zeit für ein Gebet. Das ist ein tolte Gebet für völlige Freiheit. Möge der Schöpfer des Universums alle Menschen befähigen, ein Verstehen ihrer geistigen Natur zu erreichen. Möge Bewusstsein und Verstehen über das Leben sich weiten, sodass alle den Schöpfer des Universums erfahren können. Und mögen andere auch dieses Verstehen erreichen, das völlige Freiheit bringt. In dieser Zeit gedenken wir jener, deren Freiheit bedroht ist. Jener, die Gefangenschaft wegen ihres Glaubensselitten haben. Jener, die geknechtet oder gequält und aller, die brutal behandelt werden, gefangen sind oder angegriffen werden. Bitten wir dafür, dass die Menschenrechte bewahrt werden, sodass alle Menschen frei glauben und ihre Andacht verrichten können, sodass es in unserem Land erneut Freiheit geben wird. Freiheit von Kriegen, Armut und Not. Freiheit zu sein, Freiheit zu tun und Freiheit zu haben. Freiheit, das Potenzial des Menschen zu gebrauchen und zu verstehen. Ein Potenzial, das von Gott gegeben und Gott ähnlich ist. Und Freiheit, jenes Verstehen und Bewusstsein zu erreichen, das die völlige Freiheit ist. Gebe Gott, dass es so sei. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Für die nächste Woche wünsche ich euch alles Gute und probiert es mal aus. Wie geht es mit dem Streit? Viel Spaß dabei! Wie geht es mit dem Streit? Wie geht es mit dem Streit? Ich biniej Wie geht es mit dem Streit? Vielen Dank.